Hallo Lutio und herzlich willkommen zurück zu einem ersten Hacker Video, da oben hat man es gerade gesehen. Der Typ sitzt in einem Hummingbird mit einem Scharfschützengewehr. Und das ist einfach nur crazy. So, jetzt haben wir wieder Platz in mir da, jetzt kann ich mir die Pistole holen und dann schieße ich die Sonne wieder raus. Ja, ihr habt die Pistole! Ich lasse mich nicht nur crazy. Ich wünsche euch nur Hose. Das ist einfach nur crazy. Das ist crazy Hack. Äh, wie tropisch ist denn das? Ja, ich hab sogar Munition dafür. Wie tropisch? Von der Drohne in der Luft! Wir sind blitz! Crazy. So, und jetzt sind wir in diesem Helikopter drum. Und das ist einfach ne crazy Hack, den ich je gesehen hab. Also MW2, let's fuck this shit. Das ist einfach nur crazy. Also nur zur Information, ich hacke nicht. Äh, ich bin in der Hacked Lobby und man kann in diesem Helikopter einfach reingehen. Also ich kann sie auch nicht aufheben. Ich hab keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil's zu schwer ist. Wenn man schwächlichen magst du, oder? Das ist einfach nur krank. Military bullets, wow. Holy shit! Ja, das ist echt knapp. Was denn? Ich hab Ferngaser gefunden, aber du kannst dich auch nicht draufheben. Jesus! Chill deine balls. Wie ohne Emolition?